Es ist Wochenende und das heißt Börse Aktuell hier auf Finanzmarkt Welt und heute schauen wir uns einmal Präsidentschaftszyklus an. Dann geht es um das Investorensentiment, also wie sind die Marktteilnehmer aktuell gestimmt, vor allen Dingen in den USA. Wir gucken uns Trading Ideen an, ich zeige euch wie ich die Märkte für die nächste Woche sehe, wo die Reise hingehen könnte, wo man Long gehen könnte, wo man Short gehen könnte, Stops setzen und so weiter. Und wenn euch das Video gefällt, dann abonniert doch auch meinen Kanal Mario Steinrücken. Und bei mir geht es alles um das Thema Trading lernen, Börse, Charttechnik, alles was zum Thema Trading dazugehört. Mein Name ist Mario Steinrücken, ich bin ehemaliger Parkethändler in Frankfurt, in Stuttgart. Ich habe für einen Hedgefonds gearbeitet, habe im Eigenhandel gearbeitet und bin jetzt Trader von zu Hause aus und betreibe hier meinen kleinen Kanal. Also jetzt würde ich sagen, Kamera aus und Glaskugel an. Wir schauen uns zuerst den DAX Future an und wenn wir mal zurückblicken. In der letzten Handelswoche startete am Montag der DAX mit einem Gap nach oben und dann erst einmal wieder Korrektur. In der Woche davor, am Montag auch wieder Gap nach oben, Korrektur. Am Ende der Woche waren wir wieder aber relativ stark. Jetzt in der letzten Woche haben wir uns seit Mitte der Woche auch wieder dynamisch nach oben bewegt und der DAX klebt hier an dem markanten Widerstand. 12.900 bis 13.000 Punkte, das ist eine alte Widerstandsmarke. Da wir uns jetzt aber in den letzten Tagen hier wirklich an diesem Widerstand festgebissen haben, ist das erstmal kein Zeichen der Schwäche mehr. Auch wenn eine Top-Bildung immer länger dauert als eine Bodenbildung, da sieht man häufig so V-Formationen, kurz ansetzen, abprallen, ist es momentan einfach kein Zeichen der Schwäche. Deswegen muss man hier vorsichtig sein mit Shorts. Für die nächste Woche, was kann passieren? Wir könnten auch am Montag jetzt wieder mit einem Gap nach oben starten. Und das wäre ein klares Zeichen der Stärke, denn dann würden wir hier aus diesem Widerstand nach oben ausbrechen, dann würde es sich um einen Breakaway Gap handeln und diese Breakaway Gaps werden oft erst relativ spät wieder geschlossen. Das heißt, wenn wir ein Gap nach oben sehen, dann muss man zusehen, dass man zügig in den Markt reinkommt. Erstes Ziel, der Bereich 13.300. Was möchte ich dann nicht mehr sehen? Ein Gap Close wäre durchaus drin, aber Kurse unter 12.850 würden dann das bullische Bild schon wieder deutlich eintrüben, weil so ein Breakaway Gap eigentlich sehr, sehr stark verläuft. Im Bereich 13.000 und 13.500, da haben wir ein Gap. Hier ist die Gap-Unterkante. Hier oben wäre im Bereich 13.500 wäre Gap Close. Und an diesen beiden Marken muss man schauen, ob man hier, ich sag mal, wenn man auf der Long-Seite, wenn wir das Breakaway Gap sehen, hier spätestens mal zumindest einen Teilgewinn mitnehmen und dann schauen, was passiert. Sehen wir hier lange Schatten nach oben. Dann ist das ein Zeichen, Achtung, das Gap könnte geschlossen werden, beziehungsweise zumindest der Bereich des alten Widerstands, der dann zur Unterstützung wird, könnte nochmal angelaufen werden. Als Stop-Loss, wenn man hier oben entsprechend die Schatten sieht und man Long ist, Position abbauen. Wenn man Short gehen möchte, Stop-Loss im Bereich 13.350 bis 13.375. Das war meine Tochter. Bitte bedenken Sie, dass es sich hierbei um keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung handelt. Ich erzähle je lediglich über meine persönliche Vorgehensweise und seht das bitte nur als Schulungszweck. Als nächstes schauen wir uns den S&P 500 an. Und auch dem S&P 500 bewegen wir uns hier im Bereich eines Widerstands. Das ist 3.218 bis 3.228. Auch hier haben wir steigende Verlaufstiefs. Wir haben ein Unterstützungsniveau im Bereich 3.100 bis 3.120 und in den letzten Tagen eine Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau. An dem Widerstand wird geknabbert. Der wurde bislang noch nicht überschritten. Wenn das am Montag der Fall ist, bam, 3.300 bis 3.310 das nächste Ziel. Denn auch hier befindet sich ähnlich wie im DAX ein markantes Gap. Und auch hier erwarte ich eine Gegenbewegung. Wenn man im Daytrading aktiv ist, dann ist das hier ein Niveau, wo ich automatisch Short gehen würde. Also eine Limit Order platziere, um auf eine Gegenbewegung zu spekulieren. Allerdings nur kurzfristig im Bereich des Daytradings. Wenn man längerfristig ausgerichtet ist, kann man schauen, was hier passiert. Sehen wir die Erschöpfung, Schatten nach oben und so weiter, dann kann man hier auf eine Gegenbewegung spekulieren. Auf der Long-Seite gilt natürlich das Gleiche wie im DAX, wenn wir hier einen Ausbruch nach oben sehen. Zum Beispiel am Montag mit einem Gap. Da muss man zusehen, dass man schnell reinkommt, weil diese Gaps eben nicht oder oftmals nicht geschlossen werden oder erst sehr spät geschlossen werden. Ein Stop-Loss muss aber natürlich unter dem Unterstützungsniveau liegen. Denn auch wenn diese Gaps nicht immer geschlossen werden, direkt geschlossen werden, kann das natürlich vorkommen. Und dann ist das Gap Close. Der alte Widerstand wird zur Unterstützung und entsprechend gehört ein Stop-Loss dann darunter. Wir sind insgesamt ja schon richtig weit gelaufen. Aber schauen wir uns mal das AAAI-Sentiment an. Und hier sehen wir, dass immer noch 45,4% der Marktteilnehmer für die nächsten sechs Monate bärisch gestimmt sind. Normal Average, also der Durchschnitt liegt bei 30,5% und Bullish sind aktuell 30,8%. Da liegt der Durchschnitt bei 38%. Könnte ein Hinweis sein, dass wir einfach noch nicht bereit sind zum Fallen, weil die Masse eher auf weiterfallende oder auf fallende Kurse spekuliert. Das ist natürlich nur reine Spekulation. Ich bin nicht so der riesengroße Freund. Ich achte persönlich da in meinem kurzfristigen Trading auf das Sentiment, also zumindest auf dieses Sentiment nicht. Da gibt es andere Sentimentindikatoren, die ich mir anschaue. Ich möchte es einfach mal zeigen, weil es doch auch immer ganz interessant ist, wieso die anderen denn überhaupt drauf sind, wie die anderen ticken. Jetzt möchte ich noch ein paar Worte zum Präsidentschaftszyklus verlieren. Wir befinden uns hier aktuell im Wahljahr, im November finden in den USA Wahlen statt. In Wahljahren ist es so, dass die Börsen, also es wird eigentlich eher auf den Dow Jones geguckt, dass die in den Wahljahren zulegen, im Mittel so um 7% und die Gewinnwahrscheinlichkeit liegt bei 66%. Das ist nicht ganz so hoch wie im Vorwahljahr letztes Jahr bei 83%, aber immerhin haben wir hier noch eine positive Neigung. Schwieriger wird es dann im nächsten Jahr und vielleicht wird es ja auch jetzt wieder so kommen, dass wir uns vielleicht erst mal noch so leicht aufwärts, seitwärts die nächsten Monate weiterentwickeln, zumindest hier im Sommerloch, wie ich zuletzt schon immer gesagt habe und dass wir vielleicht erst im nächsten Jahr noch mal deutlicher fallende Kurse sehen. Also ich bleibe momentan eher neutral bullisch eingestellt. Richtig bullisch war ich ja auch im Gold, aber da trübt sich die Stimmung so ein bisschen ein. Wir hatten diesen Bollwerkwiderstand, 1.780, 1.800, den haben wir überschritten, so marginal nach oben. Wir halten uns im Grunde oberhalb des Widerstandes. Was mir fehlt, ist Dynamik, denn wenn wir aus einer Seitwärtsbewegung ausbrechen, über so einen markanten Widerstand, dann will ich Feuer sehen, dann will ich Begeisterung, dann will ich Käufer sehen. Die sind bislang aber ausgeblieben. Und dann muss man sich natürlich fragen, ach Mensch, wenn ja nicht das kommt, was man eigentlich erwartet, dann könnte natürlich auch das Gegenteil eintreten. Ich bin ja Trader, ich muss immer gucken, okay, ist meine Position in Gefahr? Gibt es irgendwie was zu tun? Besteht noch die Chance, die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach oben in Richtung 1.900 und 2.000 US-Dollar anziehen? Und ja, ich werde doch nervös, das werde ich nicht, aber ich werde skeptisch. Und deswegen muss man sich darauf einstellen und gucken, was könnte passieren. Und ich will jetzt eigentlich keine schnellen Rücksetzer mehr sehen. Selbst Kurse unter 1.780 würden mir absolut nicht gefallen für Long-Positionen. Make-or-Break-Unterstützung ganz final aufgeben, muss man dann, ich sage mal, bei Kursen im Bereich 1.750 US-Dollar, da handelt es sich dann wahrscheinlich um einen Fehlausbruch nach oben und nach einem Fehlausbruch nach oben kommt häufig Dynamik nach unten und das Knacken der Range-Unterstützung müsste dann hier auch in den Vordergrund, in den Fokus rücken. Im Öl, Mensch, das Öl, 41 bis 41,50, 42 bis 42,50 und auch hier 39,90 bis 40, ein halb, das war markantes Widerstandsniveau. Und man sieht hier, wie die Verkäufer oder die Käufer erst einmal nicht weiterkommen. Die Verkäufer lassen sich aber auch bitten und da sich die Verkäufer momentan nicht zeigen an diesem massiven Triple-Widerstand, den wir hier sehen, ja, da muss man doch eher davon ausgehen, wenn keine Verkäufer da sind, dass die Käufer hier weiter zuschlagen. Also, im Öl achte ich auf Dynamik nach oben. Ich will hier einmal so einen Ausbruch sehen, über 41, 41,50 mal eine schnelle dicke Kerze, also eine schnelle grüne Kerze mit möglichst hohem Handelsvolumen. Das wäre für mich ein erstes Startsignal, dass wir den Widerstand bei 42, 42,50 überwinden. Das ist ein offenes Gap und dann nochmal deutlich nach oben anziehen. Man muss sich natürlich auch fragen, okay, wann ist dieses Szenario hinfällig? Wir haben zuletzt steigende Verlaufstiefs gesehen und wenn wir jetzt hier nochmal Kurse unter 39, 38, 50 sehen, dann wird das Ganze wahrscheinlich dann doch noch eine große Seitwärtsbewegung. Momentan warte ich aber hier mal eher oder erwarte ich mal eher einen Ausbruch nach oben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch, abonniert gerne meinen Kanal Mario Starnrücken Trading lernen und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende und auch schon mal einen guten Start in die neue nächste Woche. Bis zum nächsten Mal.